Es sind vier Runden im Mittelgewicht. Ich rufe den Kämpfer aus der Roten Ecke, Balas Savic aus Budapest in Ungarn. I'm gonna rock your life, take my foot, gonna rock your life, don't steal no. I'm gonna rock your life, take my foot. Sein Gegner, der Mann aus der blauen Ecke, ist Adam Amkadoff aus Berlin. Die Offiziellen dieses Kampfes, die Delegierte des BDB, Beate Pöske, Punktrichter, Dimo Habichhorst, Dieter Adam, Oliver Brien, der Ringrichter, René Fiebig. Und nun zu den Kämpfern. In der roten Ecke, Balas Zawes. Er ist 30 Jahre alt, 1,65 groß und wiegt 73,6 Kilogramm. Seit August ist er Profiboxer. Seine Bilanz, zwei Kämpfe, ein Sieg durch Knockout. In der blauen Ecke, Adam Amkadoff aus Berlin. 18 Jahre alt, 1,76 groß, 72,4 Kilogramm. Er feiert heute sein Profidebüt. Applaus 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 Vier Runden im Mittelgewicht. Ringfrei Runde 1. 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 Ringfrei Runde 1.